Es läuft fort, Ferro. Hey, wer war denn das gerade? Achso, Panda. Keine Ahnung. Mistkörbe! Kennt jemand von euch dieses Medikament, was man quasi löffeln kann? Obstinol? Was? Nee. Geht mal in die Apotheke, holt euch eine Flasche Obstinol und schüttet das mal auf den Pudding oder so. Ey, was spielen wir denn? Alter. Scheiß Ernst. Das ist ein Stuhlweichmacher. Was ist das? Das habe ich bekommen zum Ding. Ah fuck, warum habe ich den Panto genommen? Es gab kein anderes Auto. Es gab kein anderes Auto. Ja, Standardauto. Ich habe noch ein Issi. Das war es schon. Das habe ich jetzt bekommen vom Krankenhaus. Geschenkt wegen dem hier. Abführmittel bei Verstopfung. Alleine geschenkt, weißt du? Das kriegst du bei der Hause, weil du es brauchst, Alter. Ja, geschenkt. Hey, meine Hausärztin haben mir was geschenkt. Ein Rezept. Für ein Medikament. Für ein Medikament. Ist das mit geglitschten Panto oder was? Oh Gott. Komm, Panda. Windschatten. Oh Gott. Oh Gott. Sorry. Hex, Alter. Hex, Mann. Till, hau rein, Alter. Alter, was für ein Huren so ein Auto, ne? Ach, die scheiß Ficker-Map ist das, Alter. Nee. Dass die da hinten die Bälle fallen. Oh Gott, ich hasse diese Rennen, Alter. Aber das Rennen ist geil, eigentlich. So Rennen ist es geil. Nee. Nee, Mann. Nee. Ich feuer das. Nee, ich feuer das nicht, Alter. Das ist der Dreck. Ja, Pilot, Alter. Markierung gefällt. Markierung ist so low, Alter. Einfach aus Trotz, Alter. Jetzt kommt Till noch von hinten, Alter. Will mein Auto schwängern, Alter. Was ist denn los mit euch? Wann kaputt? Haut ab, Mann! Ihr Windschattenschnorrer, Alter. Windschattenschnorrer? Was macht denn der Penisponder hin bei mir schon wieder? I'm coming, bitch. Tu dich weg, Alter. I'm coming, bitch. Der Penis is incoming. Penis incoming. Falsches Loch! Falsches Loch! Abandonation! Ach ja. I'm coming, bitch. You can run, but you can't hide, bitch. Nein, 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 nein. Fuck, Alter. Oh, Mann, ey. Dein Ernst, Matt, doch hau ab, Alter. Ey, du bleibst jetzt stehen dafür. Du bleibst jetzt echt stehen dafür, Alter. Das muss nicht sein. Das muss nicht sein, Alter. Ja, ich kann nichts machen, Alter. Die Karre hat nicht gebremst. Mir hat jemand die Bremsleitung durchgeschnitten. Den, Alter, war abgeprallt. War die Super Mario-Taktik. Ja, aber ich merk schon. Alter, dieses Auto ist einfach unfahrbar, Alter. Ja, genau. Boah, Junge. Das kann doch kein Mensch ertragen, dieses Auto. Das kannst du nur verbuddeln. Und zwar das tiefste Loch, was man findet, ey. Ja, komm, komm. Sorry. Aber mit mir, Alter. Dreimal umgehauen jetzt von dem Scheiß. Ja, aber Panda denkt dran, war schon am Ziel, ne? Zwecks. Panda, Leute. Das ist genug Geld für die Klappe, Alter. Was bezahlst du? Die Klappe. Warum? So, wo ich sag? Nein. Natürlich. Was bezahlt? Ich bezahle. Das, was du mir gegeben hast. Das, was du mir gegeben hast. Geh mit deinem Adresse, ich schick den einen feuchten Furz oder so. Alles klar. Fuck, jetzt hat es mich gedreht. Ich mach jetzt mal eine kleine Challenge hier. Ich mach jetzt mal eine kleine Challenge hier. Oh, fuck, ich spiel mich natürlich. ich falle auch runter nicht doch nicht er fährt das erste ins ziel wo ist ich will den runterschubsen naja kommen die röhre zurück erst mal til fährt erstes ziel pilot als zweites und danach einer von uns da rein das ist egal wer der tocker selbst mal begann passiert bleibt vortrag der wo Hey, wer war denn das gerade? Achso, Panda-Halb Keine Ahnung Mistkörbe Ach ja, herrlich So, kann ich jetzt gucken, Alter, wo es ist? Da ist mein schwarzer Helm Jetzt habe ich einen Scheißhelm Auf toll Toll Der passt richtig zu dir Guck, mein Charakter guckt doch so traurig Total deprimiert Es sieht brutal aus wie ein Kollege von mir Ich habe jetzt auch eine andere Karre, als ich ausgewählt habe Oh Gott Er kommt mit dem Ding hier Richtige Red Road Bike Oh Gott, Till, Alter Können die? der tür rastet richtig aus mir sah es so aus als wäre ich gecrasht die die karre wie das motorrad einfach mithält man ich nehme mal windschotten er fahr er gibt mir selbst windschot also fixer schick doch nicht von der strecke und dann erst wieder schaltet ich habe vergessen dass das ding so eine hardcore bremser hat alter also online gegen andere spieler mit dem ding macht sich alle die elemente da müssen sie weg meine karre hat einfach mal hart nach links gezogen alter so leider kein feuer gefangen oder ne aber ich bin jetzt dritter was du fecker wie gesagt ich bin dritter du tust ganz so als ob ich das mit absicht machen würde ich lande ja auch nur alter naja komm das war das war definitiv gezielt genau in der luft gezielt jetzt wenn ich nicht andere probleme hätte ich fahr grad so mit halbgas rum hier was ist das klar am strand auch noch mit der karre alter klar kein ding man was hat wann sieht denn die handbremse von dem teil das motorrad gehört eindeutig gepatcht hier viel zu übel pilotverein nicht in mich waren alter hast du gedacht sicher und jetzt schauen wir alle dazu ja da steht ja panther bei dir läuft es richtig krasser typ alter weil er so stylisch auf seinem hocker hockt hocker hocker schau dir mal die nummernschildhalter an robber schilder robber aber wie behindert das ding angebaut ist ne auspuff qualm voll dagegen gehört so das ist das ist die abgasrückführung da geht so einen schwung hoch und dann ab in die nase genau so ist das die